Trotz so feierlich und regelmäßig geprägten Tage haben wir immer noch Anlass, leider gegen Rassismus hier zu protestieren. Aber obwohl wir diese Kundgebung relativ kurzfristig organisiert haben, sind schon ziemlich viele Leute gekommen und haben sich daran beteiligt, mehr als wir erwartet haben. Deswegen nochmal ein Dankeschön an alle, die sich an dieser Kundgebung beteiligt haben. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr und wir sehen uns dann wieder auf Veranstaltungen, Protestaktionen etc. Vielleicht auch zu der vorsichteren Anlässen.